so hallo herzlich willkommen heute wieder ein video zu escape from tarkov und zwar ein leidiges thema was ich schon eine weile mit mir rum trage und ich jetzt auch aktuell wieder in der facebook gruppe escape from tarkov gesehen habe dass es auch wirklich tatsächlich andere haben einige und kaum eine lösung irgendwo gefunden auch natürlich damals schon wo ich das problem bei mir aufgetreten ist die foren durchsucht und es gibt ein paar lösungswege die vielleicht auch bei dem einen oder anderen funktionieren könnten die werde ich auch gleich noch darauf eingehen aber ich habe für mich jetzt die lösung gefunden wie es jetzt wieder funktioniert es geht um den verifizierung per e mail wenn man sich auf einem anderen gerät neu installierten pc oder anderen pc oder anderen browser und so weiter und so fort anmeldet sagt battle state games okay hier verifiziere bitte dann account wir schicken dann dir eine e mail mit dem code gibt denn hier bitte ein und ich habe halt keine e mail bekommen und wie ich gelesen habe auch viele andere genau das problem das ist bei webte aufgetreten bei gmx aufgetreten und mit sicherheit auch noch bei anderen anbietern also ich habe jetzt mal kurz zu meiner vergangenheit am 16 9 habe ich das erste mal den account also den support angeschrieben am 16 9 habe ich den support von hand angeschrieben also ich hatte davor auch schon tickets erstellt aber da wurde nicht darauf eingegangen oder nicht darauf geantwortet deswegen habe ich dann den support direkt angeschrieben und habe eben mein problem erz erläutert das gleiche wie viele andere eben auch haben ich kann meinen ich krieg keinen keinen verifikationscode kann meine e mail nicht authentisieren weil die e mail einfach nicht ankommt und das war am 16 9 ich habe jetzt die sache ist bei mir ich habe noch einen zweiten account und der ist auch auf web.de weil ich habe eigentlich meine e-mails alle auf web.de und bin damit auch sonst eigentlich zufrieden und da funktioniert alles ich heißt ich gehe und melde mich einem neuen rechner an da kommt der verifizierungscode und die e mail kommt instant also sofort so wie es einfach sein sollte es kam mir halt schon komisch vor bei web.de habe ich eine zeit lang gedacht okay vielleicht wurde der account irgendwie gehackt oder der cd key quasi von der version wurde gehackt und geleakt oder ich weiß es nicht was da vielleicht schon vorgekommen ist und habe ich gedacht die haben mir den gebannt den account keine ahnung oder weil er halt auch eine zeit lang inaktiv war und da kam halt auch wieder keine antwort dann habe ich am 19 12 geschrieben noch mal eben an den support und habe genau das problem noch mal erläutert habe ich jetzt hier die erste e mail bekommen am 20 12 vom alex ivanov da stand drin das sind jetzt diese typischen sachen was man dann eben was geht was man gesagt bekommt auch in den foren oder in der facebook gruppe zu auf jeden fall diese drei e mails quasi in deinem e mail host whitelisten dass die auf jeden fall durchkommt ist sie nicht von einem spam filter blockiert werden oder aussortiert werden und bei web.de ist eigentlich so dass alles e mails was eben im spam landen eben dann im spam ordner sind und dann kann ich von hand eigentlich im prinzip nochmal durchgucken und sagen nee das soll nicht im spam landen und der kann im spam landen der kann weg also man kann es so von hand ein bisschen bisschen sortieren und ich habe es dann halt so gemacht habe dann auch keine e mails davon im spam ordner gehabt ich gucke den eigentlich auch mal durch weil es jetzt nicht so viel spam ist aber eben immer mal was im spam landet und habe dann das quasi diese ganze spam prüfung jetzt mal direkt deaktiviert komplett was hier auch drin steht habe die e mail adressen wo ich alle wo ich eben e mails von battle state games erhalten kann gewidt liste dass die auf keinen fall auf die blog liste kommen und habe dann quasi mich noch mal angemeldeten habe wieder kein verifikations code bekommen dann habe ich dem das war dann am die e mail am 16 die kam nach der zweiten anschrift und dann habe ich ihm quasi wieder geantwortet dass ich das alles gemacht habe und dass es nichts gebracht hat und ich habe bevor ich jetzt da angemeldet angerufen habe also bevor ich da jetzt die e mail geschrieben habe habe ich webte den support angerufen und es kostet also um euch das auch zu sparen es kostet glaube ich was hat gekostet 5 euro 90 pro anruf was schon ziemlich heftig ist aber natürlich beim freemail eben wird nutzt kostenlos muss man dafür bezahlen wenn man kostenpflichtiges kontofach hat kann man zum orttarif anrufen war mir aber in dem fall egal ich wollte einfach meine eud vision version haben und habe ich gesagt komm egal ich rufe jetzt da an zahl die 5 90 musste dann da mal durchkommen bis man durchgekommen ist habe ich dann mit dem herrn von web de telefoniert und der hat mir dann gesagt ja nee da ist dass die haben das was auch viele denken die haben gar keinen zusätzlichen spam filter der quasi schon pauschal vorab e mails blockiert dass die gar nicht erst ins e mail fach kommen so was haben die gar nicht laut dem zumindest was jetzt im endeffekt haben oder nicht haben keine ahnung so hat der mir eben gesagt und er hat gesagt wenn ich das weit gelistet habe dann könnt wird die auch nicht blockiert auch nicht pauschal irgendwie bevor sie im e mail fach landet und ich habe dann auch mit dem am telefon weil ich mir auch natürlich dann der hat mir dann gesagt über nö da kommt nix da kann auch nichts nachvoll zu verfolgen und dann saß natürlich das wird um daher auf 90 jetzt bezahlt und nichts gebracht und dann habe ich halt noch mal nachgekackt habe gesagt ja entschuldigung jetzt aber ich mache jetzt den vorgang noch mal habe mich angemeldet dass die e mail kommt dass der wirklich live sieht okay kommt was kommt nichts kündigt sich irgendwas an keine ahnung und es dann durchgespielt hat gesagt nichts er hat dann auch gesagt ich soll mich an den publisher wenden er soll das noch mal manuell schicken von hand quasi oder irgendwie manuell einstellen dass von denen ihre seite oder auf dem weg von dort irgendwas irgendwie blockiert wird oder pipapo keine ahnung habe jetzt auch nicht alles verstanden was sie mir erzählt hat aber im endeffekt halt schon natürlich komisch weil es mit einer web der adresse funktioniert mit der anderen web der adresse nicht und ja dann habe ich dem lieben alex ivanov noch mal geschrieben gehabt wann habe ich ihm geschrieben gesendet das war am erachten ersten und die antwort kam heute wo haben es am zwölften ersten beziehungsweise gestern kam die e mail ich habe es aber heute erst gelesen und da stand jetzt drin hello try to receive a letter now sorry for delay also im endeffekt ja okay ich soll es halt noch mal probieren und entschuldigung für die verspätung habe mich dann angemeldet tatsächlich die e-mail verification code kam problem gelöst also im endeffekt müssen die da irgendwie manuell irgendwas machen wenn es wenn wenn du dabei bist und deine e mail nicht bekommst sei es von web.de oder gmx brauchst du da nicht viel rum machen schreibt denen dass du mit deinem dass du dir die die spam filter machen natürlich die spam filter rein also die ganzen e-mails whitelisten mach alles was ich dir jetzt gesagt habe und wenn dann die e mail immer noch nicht ankommt dann weißt du sicher dass es einfach von battle state game seite eine handlung bedarf schreibt denen das dann genauso schreibt was sie alles gemacht habe schreibt denen das eben du auch mit dem support oder was auch immer geredet hast die haben da kein spam filter und dann müssen die eben von hand gucken oder von hand irgendwas manuell einstellen an deinem konto oder bei der e mail versendung keine ahnung und dann funktioniert also bei mir funktioniert jetzt ich habe jetzt auch schon wieder von heute den bekommen um mich anzumelden und ja problem gelöst ich denke damit werden einige werden sich freuen einige werden auf einmal wieder einen account haben weil die ich habe auch schon gelesen dass sie sich dann eben noch mal zweiten account gekauft haben weil sie natürlich spielen wollten aber ist natürlich ärgerlich und auch nicht den zweck der übung und ja so funktioniert es auf jeden fall leidiges thema hat sich jetzt auch recht lang gezogen weil ihr wisst mit sicherheit auch der support oder keine ahnung meldet sich nicht oder meldet sich über für spätet dann kriegt man erstmal irgendwelche standard antworten deswegen schreibt ihm auf jeden fall gleich alles rein was sie gemacht habt und dann sollte das eigentlich funktionieren ich habe jetzt hier eine version quasi auch doppelt die ich nicht mehr brauche also habe ich mir überlegt die vielleicht zu verschenken wenn da bedarf ist für die version könnt ihr auf jeden fall meine kommentare schreiben schreibt auf jeden fall natürlich gibt daumen hoch abonniert auch gerne den kanal für weiteren eft content und natürlich schaut auch im live stream vorbei auf twitch.tv schrägstrich hangemau live link ist auch eine video beschreibung wird mich freuen ich denke da wird sich der ein oder andere darüber freuen über die eod version und ja dann sage ich vielen dank fürs einschalten und bis zum nächsten mal ciao